Mega News aus Hollywood Mit seinem Song Baby stürmte Justin Bieber 2010 die Charts. Über ein Jahrzehnt später erwarten er und seine Frau Hailey nun wirklich ein Baby. Justin und Hailey Bieber erwarten ihr erstes Kind. Das gaben der Sänger und das Model Mitte Mai via Social Media mit einem Video, das Hailey mit einem deutlichen Babybauch zeigt, bekannt. Laut dem US-Portal TMZ soll Hailey bereits im sechsten Monat schwanger sein. Für das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, ist es das erste Kind. Unter dem Post sammeln sich die Glückwünsche etwa von Prominenten wie dem Kardashian-Jenner-Clan oder von Chrissy Teigen.